Ich grüße dich auf meinem YouTube-Kanal und heiße dich herzlich willkommen zu einer Geistesführer-Meditation. Ich bin Jana Peters und danke dir für dein Vertrauen und dass du dir die Zeit mit mir zusammennimmst für diese Reise. Begebe dich in eine angenehme Position. Vielleicht magst du auch kurz eine Pause machen und dir eine Kerze anzünden. Wenn du so weit bist, dann lege deinen Körper so bequem hin, wie es für dich angenehm anfühlt. Vertraue auf deinen Körper. Ihr findet zusammen genau die Position, die dir so richtig gut tut. Atme nun einige Male ein und aus und sichte dabei deine Umgebung. Und wenn du so weit bist, kannst du deine Augen schließen. Du bist schon gleich bereit, um mit mir auf eine wundervolle Reise zu gehen. Vielleicht spürst du schon, in welch einer warmen und wohligen Umgebung du bist. Nichts und niemand kann dich stören. Du bist vollkommen sicher und du musst auch nun auch nichts mehr leisten oder erledigen. Nimm den Moment wahr und achte bewusst auf deine Emotionen. Selbst wenn es negative sind, probier die Emotionen nicht zu unterdrücken. Lass sie einfach kommen und gehen. Stell dir nun vor, dass deine Emotionen mit jedem Auslöser, ausatmen, aus dir herausströmen. Atme sie einfach aus. Lass sie hinter dir und fühle, wie du beim Einatmen eine behagliche Ruhe in dir aufnimmst. Mit jedem Ausatmen entfällst du dich stetig immer weiter von deinen Gedanken. Schritt für Schritt, das geschieht ganz von allein. Bleib im Vertrauen. Beobachte dein Atem und die Entspannung in deinem Körper. Wenn deine Emotionen wiederkommen, so denke wieder an deine Atmung. Lass sie herausströmen. Vielleicht fühlst du dich bereits etwas entspannter und gelöster. Je wohler du dich fühlst, desto tiefer sinkst du. Und je tiefer du sinkst, desto wohler fühlst du dich. Desto mehr kannst du deine Gedanken hinter dir lassen. Immer weiter weg rückt alles Unwichtige. Du darfst die Entspannung nicht erzwingen, denn sie kommt ganz von allein. Das ist so wundervoll, diese Wärme, die du vielleicht ganz allmählich verspürst. Nimm dir einfach Zeit und versinke in der Zeit, in der Wärme und in der Entspannung in dir. Lass dir gut gehen. Deine Jana Peters Carl Sper atmen des Amen. 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 Amen.